Oh Mann, hab ich viel Plunder, den ich nicht brauche. Aber um wegzuschmeißen, ist er ja zu schade. Hm, was mach ich jetzt damit? Am besten verschenken. An wen? Pew, pew. Ich komme. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Junge, ihr habt aber schön gesungen. Das gehört doch zu Weihnachten dazu, das macht fünf Mäuse. Wir nehmen auch Döner. Wie wäre es, wenn ich stattdessen einfach mit euch mitkomme? Okay, wenn's sein muss. Alle Jahre wieder schlachten wir ein Schwein. Oma schlägt es nieder, Opa beißt gleich rein. Oh, ein sehr großes Haus, das bringt sicher viel Beute. Die werden dir wahrscheinlich nichts geben können, aber wir können denen was geben. Was denn, ein Tritt in den Hintern? Hm, ich hab das schon so eine Idee. Kling, Blöckchen, Klingelingeling, Kling, Blöckchen. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Nehmt einen von meinen schönen Stofftieren. Ho, ho, ho. Ho, ho. Vielen Dank.